Herzlich Willkommen und grüße euch heute beim ersten Mal Grill & Chill bei uns am Hill. Wir haben das erste Mal eine riesengroße Grillage. Seit 18 Stunden räuft der Smoker das beste Fleisch, was man sich noch vorstellen kann. Vorspeisen, Hauptspeisen, alles zur richtigen Zeit. Die machen das, bevor die Lese startet. Wir haben letzte Wochen die ersten Trauben geerntet für einen Sekt nach Champagnermethode. Nächste Woche starten wir durch, bis wir es jetzt noch feiern, jetzt haben wir noch Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.